Bevor du in deine neue Wohnung einziehst, möchte dein Vermieter gerne noch einen Nachweis, dass du auch eine Privathaftpflichtversicherung hast. Warum? Ganz einfach, wenn du einen Schaden an der Wohnung verursachst, möchte der Vermieter nicht auf dem Schaden sitzen bleiben, nur weil du eventuell nicht genügend Geld hast, den Schaden selbst zu bezahlen oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Er will einfach sicher gehen, dass ihm der Schaden erstattet wird. Und genau dafür ist eine Privathaftpflicht ja auch da. Die übernimmt die Kosten und schützt dich gegen Schadensersatzansprüche des Vermieters. Man nennt diese Schaden im Rahmen der Privathaftpflicht auch Mietsachschäden. Also, um unnötigen Streit zu vermeiden, investier lieber ein paar Euro im Jahr in eine Privathaftpflicht. Sie macht dein Leben wirklich entspannter. Übrigens, deine eigenen Sachen solltest du auch absichern. Informier dich hierfür mal über die HUC24-Hausratversicherung.